Und zwar geht es wieder um Frauen, Männer ihr kennt diese Situation, Frauen ihr kennt auch die Situation und zwar Ey, Ungologen, wir lieben euch doch, wir lieben euch, aber mit einer Sache müsst ihr aufhören Und zwar, ein paar Sachen habe ich hier meine Liebe des Lebens gefunden, gesehen, leider nicht richtig gefunden Ich habe sie gesehen, ne? So, bis heute ihr Lächeln, ihr Hautfampe, die war so schön, die war echt zum Armbeißen Die war zum Armbeißen, Melanie was purple, Melanie was purple So, ich dachte mir so, ey Jimson, wenn du jetzt nicht gehst, oh leid, du bist ein Otto, das ist deine Frau Ich so, okay, hör mal zu, ich gehe raus, ich bin ein Mann, ich gehe raus, ich spreche sie an So, ich spreche sie an, auf einmal, auf einmal, was passiert? Kommt die Freundin, die Freundin kommt einfach und nimmt, die sagt, nein, ihr habt kein Interesse Wer hat kein Interesse? Habe ich mit dir geredet? Das ist meine Frau, meine zukünftige, warum macht die Frau so was? Wieso? Keiner mit dir geredet